Hallo alle meine lieben Zuschauer, Zuschauerinnen! Heute spielen wir Pirate Warriors 3 von One Piece! Und ja, das fängt immer an, na ja, dieser ja, ja, ja. So, wir sind jetzt in Kapitel 2 Episode 1. Weiter geht's, wir nehmen heute Sanji esch. In dieser, ich glaube, wäre gut Sanji zu nehmen. Weil wir da keine Frau. Let's stop! Hm, muss ich überlegen, ja. Zoll wird auch nicht schlecht. So besser waren wir noch nicht. Dann machen wir mit Raffi. Steigen wir ein bisschen höher. Mit dem Pedal nutze ich nicht. Ok. Sitzen. Segel setzen! Hm? Kapitel 2 Episode 1. Tot... Tot... Tot im Kopf der... Töne... ... ... ... ... ... Späum für die Uferste, die Uferste war gebrochen, ein Gebirgans von der Spanotte und die Spanierung im Nirgans des Arras. Die Spanien in der Spanien unter der Spanien in den Arras. Er hat die die Kalte, der Paul-Rherste, der Rufy-Wakker, und die Sie in die Spanien des Arras. Er hat ein Gefühl, als ich mein Herz und es in die Arras-Fan, die sich um den Arras. Er hat die Spanien auf den Arras. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, das musst du nicht lesen, oder? Hoffe ich nicht. Wenn ja, dann schreibt mir in den Kommentar. Da wird wir. Was für ein schönes Schloss. Ein Arzt. Ah, toll. Der Fliege. Hm, sein Glück. Poppa. Poppa. Er hat Erfüllungen an ganzen Körper. Was hat er sich gedacht? Mach sofort Wasser heiß und reiß mit ihm. Die Blutung ist echt übel. Sechs Rippen sind ab und die Webelsäule eingeknackst. Sollte ich operieren? Am schlimmsten hat das Mädel hier erwischt. Die machen nicht mehr lange. Beruhig dich mal. Diese Blutung rötzlöbel kriegt man schon wieder hin. Und was Mädel auch. Ich helfe meinen Kameraden. Verstand, ich helfe ihm. Choppa fängt mit dem Behandlung an. Auf der Gegend wird der Rappen von Dr. Kudea und Choppa gerettet. Nami und Sanji erreichen auch noch rechtzeitige Hilfe. Nach ihrer Genesung fragt Nami, Dr. Kudea, für Choppa aus. Die Ärzte beginnt, Choppas traurige Geschichte zu erzählen. Das Rentia-Ton Choppa ab der Menschen-Menschen-Frucht. Menschen-Menschen-Frucht, wie der ganz Mensch von Tieren noch Tiere, ganzem Mensch noch Tier führt. Und er ein einsamer Leben. Allein der kurzen Dr. Bagdad nahm sich seinen Arm trotz der schweren Krankheit behandelt. Er ihn wie ein Sohn. Bad Fin merkte seine letzte Tage in Forschung, um diesen Sand zu heilen. Letztlich fehlt er jedoch Vaporärztenjage zu Opfern. Choppa folgt ja bald die Fußstampe und studiert unter Kulea Medizin. Der Verlustqualt in Nami jedoch immer noch. Hey, warte! Hey, warte! Hier mal, hast du ja noch geklagt? Hä? Ehe? Ja? Und auf zwei Beinen ist er glaube ich auch gelaufen? Das ist ein Monster. Ja klar. Mal lauft er auf zwei Weiden. Mal isst er eine Rindentier. Mal eine Flauchskugel. Ernst? War er klein. Dann würde er riesig und dick. Eine dicke Monster. Zu kopisch. Er ist klasse. Hey Samji. Ich brauche mit in unser Club. Hey du Monster. Warte mal. Mach doch dich und mit. Diese Club. Das ist der Wapol. Wer ist nicht Wapol? Du Dummchen. Achso. Okay Wapol. Oh. Meine Mitglieder. Lani ist nicht dabei. Er ist krank. So. Oh. Kampf beginnt. Wird nicht schnell. Alles wird passen. So. Aus. Was ist das? Roll. Ich hoffe alle. Oh. Warte. Oh fuck. Ich habe vier. Abil. Ah ja stimmt Bibi. Äh. Wieso. Seit letztem. Äh. Wer ist diese Bibi? Das ist äh. Kann ich sagen. Äh. Die Prinzessin. Von Königreich. Wie heißt der? Boah. Das war lang her. Oder auf diesem. Äh. Auf dem Sand. Wie heißt der. Scheiß Königreich. Aber scheiß geil. Äh. Der König. Äh. Und wieso ist. Weil. Ah ja. Von Alabastia. Prinzessin von Alabastia. Sie ist. Und. Weil. Weil. Weil hier im Wapis gibt es sowas wie. Drei. Äh. Samurai. Sieben Samurai des Meeres. Ja. Und einer von den Samurai. Sieben Samurai. Äh. Ein Haus. Mann. Auf der Heimat von Bibi. Und äh. Raffi hat. Okay. Oder Nami. Sagen wir so. Nami hat sich versprochen. Sie bringen. Und. Gib ihm sehr viel Geld. Hat Nami wahrscheinlich versprochen. Nami. Aber. Nami. Und wie jeder weiß. Von. Ähm. Dieser Falme. Nami. Ist sehr. 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 Geil. Auf den Geld. Ja. Oh. Nein. LOL. Ja. So. Äh. So. Äh. Äh. Auf. Diese Nami ist nicht. Äh. Gekommen. Von. 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 Ab dieser Insel. Nur. Bevor. Sind die. Gekommen. Ab. Diese Insel. War. Noch. Ein. Alter. Wie? Achso. Ja. Der. Er. Loll. Äh. Seit äh. der allerersten EZBO ist die Arapi ja, ich warte der erste Lücke halt kurz still und es tut nur kurz weh ich werde das alle Heilmittel finden und alle Krankheiten ich würde heilen weil es weil es auf der Welt keine unheilbare Krankheit gibt die 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 Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. So, jetzt ist es ein Kind. Bevor die Raffi und Kuro sind auf die Grand Rai gekommen, die sind vorher auf einer Isle, das war die Info von Kopfgeldjäger. Die haben die Anklot festgemacht und so weiter, dass sie wieder betrogen wurden, die sind schnell eingeschlafen, aber ihre Plan war die Strohkut zur Bande und Bibi war auch dabei. Äh, zum... Äh, Bibi, ja. Alter, wenn ich Spiele unterreden werde, bleib mir, ich bleib mir so. Äh, Bibi, ja, Raffi, der Kopf gibt Geld. Ist überall, die wollen die Raffi verhaften und so weiter. Ja. Ja. Ja, er... Ja, und? Oh ja! Das muss ich so... Äh, ja! Auf der Insel waren die... wollten... Aber... Apatiii... Da ist es. Da ist es! Da ist es... Ja, da ist einer, was wollte ich noch erzählen? Ja, deswegen die Insel und die haben da die Tohru, nee, andersrum, die Raffi-Crew hat, also Raffi hat ausgeschlafen, hat geschlafen, alle haben so geschlafen und die haben gedacht, die könnten wir die schön schnappen, die killen und Kopfgeld bekommen von Marina, aber Zoro hat die Wut geschaut und hat gegen die gekämpft, allein gegen ganze Inselbewohner, das ist also ein klein Dorf, würde ich sagen, wie jeder kennt, Alter, ja, falsch Ja, Bewohner und der hat besiegt, wie alle? Ja, natürlich, besiegt Ja, das ist der Fall, das ist der Fall, ja… So, was ist der Fall, also die Bordesschik Oh, ich bin, dass der Fall ist, aber ich kann nicht so reden, wie viele in manchen Mutscher Ich hab so, das muss ich ganz sicher zu tun. Äh, ja. Hat ganz viel besiegt und dann war er lustig. Rakti hat... Daran hat er aufgewacht. Und dann hat er das Zorro, die alle versuchelt hat. Dann hat er auch gegen Zorro gekämpft. Weil... Er hat nicht verstanden, wieso hat er so die alten Vögel. Wollte nicht verstehen, einfach. Das war, finde ich, ich hab gefunden, dass er nicht anders kriegt. Und das war die... Die... Äh... Agenten auch. Ah ja. Die Agenten sind diese sozusagen... Auftragskiller. Sehr guter Punkt. Einer auch gar nicht so informiert. Bitte, wie du weißt. Und... Und... Je niedriger den Rang, desto besser sind die. Also der... Ne... 13 waren diese... Äh... Ich glaub die Vogel... Diese Spionier... Und dann... Von den Inselbewohnern waren... 12... Und nahm... Und... Hogel... Der Baby war glaub ich... 11... Glaub so war... Du... Alter wie... Gibt's hier denn... Ja, so... War's erst... Und diese Zeit hat, wenn die beiden sich bekämpft, sind die Number 5 gekommen und alle Number hat noch Assistenten. Ja, 1, 2, 3. Das ist ein Punkt. Ja. lol ich hab kein bocker von einem ende zu zweiter in der laufung als krank stück bewegt ja bewegung der dynamo feiler für die innen sollte ich sagen die wollten den raffi und zoll aufschalter aber mit einschlag auf der raffi und zoll die besiegt also voll lustig hat gewonnen ich habe bekämpft und dann hat sie so wie habt ihr den vertrag namen und bimbing gemacht ich glaube muss ich langsam weiter gehen und erscheint das kann nicht ohne ende ja schön da kann ich kennen aber so so lange darf ich nicht so Oh mein Gott, ich hasse mich. Okay, jetzt gehe ich weiter, weil ich habe langsam keinen Bock hier zur ganze Zeit Jetzt stehen und kämpfen, unendlich, unendet. Oh mein Gott, ich habe einen Schuss. Oh mein Gott, ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich weiß nicht, was er ist. Ich hoffe, ich habe einen Chock-Aum. Ich habe einen Schock-Aum. Okay, das ist nicht so. Das war's für mich. So, jetzt. Ich glaube, er wird P.A. ja, genau. Läufe bei mir. Loll. Läufe bei mir. So. Ich glaube, das. So. So. Wobei. Ah ja, hier. Ja okay, sind wir aber dann so schwierig schneller. So. 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 Jo! Läuft! 71, ok. Das ist alles nicht. Jo! Läuft! 71, ok. Das ist gut. Läuft! So! So! Dann habe ich das Bappel. Vielleicht schon. Ok. Jetzt glaube ich geht auf andere Seite. Äh? Andere Seite geht es nicht. Ich sehe nur diese Seite. Da ist zu. Warte, da müssen wir schauen. Weil einer steht da. Ah, ok. Ich glaube nicht. Ne, es geht nicht zu uns. Es geht nicht zu uns. Aber das wird nicht gehen. Verstärkung. Es geht nicht zu uns. Es geht nicht zu uns. So. Das kann ich. Wenn. Ich sollte irgendwelches Thema noch verreden. Dann ist das kein Problem mehr. Oh ja. Noch was. Bevor alle ersten. Bevor sind die auf den grünen Line gekommen. Raffi und mal das. Oh! Zischen. um Zischen. Aber ich bin. Ich bin und habe gut. Wurden. Du. Im. Bons. Ich bin. Wir lachen die hier. Wurden. Ich bin. Wie ist das? Lügel okay jetzt kommt gib endlich auf das schloss gehört mir bin interessiert das schloss diese ist bald das Grab stören Frieden die Inhaber hier nicht verlohnen Grab du kannst das du kennst das ist das Grab von dieser Quark Salva das kannst du nicht ernst meinen ich glaube doch er wollte der Königreich retten ich werde euch niemals herein lassen seid vorsichtig niemand lasst mich zu dass ihr an der Flagge kommt welche näht ihr an zu ansammlung von den Opfer für mich Doktor wollte er sagen dein Leben verschwinde aus diese Königreich ja 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 oh so ist alles ah jo logik bei mir alles das Kinder schlief mir alles ja 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 das ist ja 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 das ist Du, ummehr! LOL Oh schade, schon besiegt Loll, Loll, Famiya. Loh! Ich bin gleich weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Das ist nicht weggegangen. Du kannst er sie curvechen. Ich kann nichts mehr helfen. Ich kann es nicht weggekommen. Ich kann es nicht weggehen. Fahne ich hier. Wir sind nicht weggegangen. Was ist denn? Vielleicht kannst du es bei ihm. Ah! Es fällt ein wenig. Ah ja. ja stimmt, hier, deswegen lol, lol was ist hier, super Oh, okay. Ich liebe es. Je öfter das benutzt, glaube ich, desto stärker bin ich. Äh, mehr Geld habe ich. Ich liebe es. 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 Ich weiß nicht, ob ich es ist. Ich weiß nicht. Ich liebe es. 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 wir jetzt besiegen, endlich ALFIA ich weiß ja auch was schafft, ne? es ist ja Zeit Das ist ein Wapport. 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 Was? Was? Wapport. Das ist ein Wapport. Das ist ein Wapport. Läuft. Das ist ein Wapport. 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 Das ist ein Wapport.